hallo liebe leute willkommen zu wir sind wieder da mit einer neuen session zu halloween zeit beziehungsweise ist halloween ab dem komisch beim absprung bin ich mal auf so einem spieler direkt gelandet jetzt hat es nicht funktioniert anscheinend gibt es nur wenn man gleich raus springt wir sagen mx er soll bitte uns folgen ok unten ist die tür tut mir leid tut mir leid wir laden bei der anlage nicht der beste platz aber immerhin gemarkiert ich höre niemanden aber ihr wisst die sind doch gerade hier gelandet niemand da weiter geht's schrott ja können wir machen wir ja scharf schützengewehr auf keinen fall und die raketten raketten nämlich immer mit überlasse ich keinem und ich höre schon jemanden irgendwo irgendwo ok wenn wir niemanden sehen sollten uns verstecken jawohl wir spielen gegen kira team so und schauen wir mal was die noch da haben sind anscheinend weit vom schlag sind nicht in der zone ihr seht ihr den gestreiften beziehungsweise die linie die durch die karte gezogen wird so ja da schießt jemand noch schön dass die flieger drei abschüsse guter start auch spiele und wir schnappen muss alles was sie da haben okay ich höre übrigens die geräusche glaube ich doppelt ja wie blöd es auch klingen mag anscheinend ist was an den einstellungen nicht in ordnung moment nase juckt so hier können sich leute auf dem dach verstecken xb hier tauschen aus nur für mx dann kriegt er diesen coolen skin er hat nämlich nicht ich glaube das war mal ein kauf extra für das sniper gewehr hatte das hatte das zu schnell der hase ist viel zu schnell hier immer akkad gut zu haben es gibt wie gesagt die mystik waffen von halloween und da muss man sich jeden tag einlogen dann kriegt man kostenlosen kostenlose sachen die in halloween kürbisköpfen und sonst was ist und es gibt diese mystik waffen eine m4 eine ak 47 ein medox noch irgendeine ordnung glaube ich die brücke ist ungefähr 100 meter ja da ist er nicht weit weg gefahren haben aber nicht nur noch mal oder jawohl der kriegt doch aber ich wollte nur die waffe anschauen so ein skin habe ich nicht schön es müssten noch irgendwelche leute da sein können kann nicht einer sein ich meine doch dass die rettungsmission ja die sind wahrscheinlich haben sich zerstreut da ist noch einer kommt wo noch eine ok das waren jetzt gerade ok mx sammelt alles ein ich kann nichts einsammeln so das waren grad drei schauen wir mal so nie mal dass ich brauche es nicht immer wieder gerne ich sehe keinen es müsste noch jemand da sein und ich mir fehlt noch der aufsatz beziehungsweise der chip jawohl wir nehmen mal den wagen da oben schatten oder ist etwas vorbeigeflogen oben ja die diesen skin habe ich auch für das auto gepackt sie von deren aus steilig elektroauto nein quatsch es ist es ist ein geschenk das kind gewesen für die aufstiege beziehungsweise die kam bei uns jetzt noch mal ein zombie ich meine wer legt sich schon ein lacken über den kopf also läuft so rum ich weiß nicht wie er sich dabei was gedacht hat das mal zu entwerfen zu entwerfen zu erfinden ja gleich beifahrer und ich weiß halt wo es lang geht ja so einfach ist das wir nehmen jetzt auch mit oder ist noch ein zurück oder war er weiter um doch war hier also das zielen ist gekonnt bot nicht bot bot oder hat wenig gesammelt bot hat die kiste aufgemacht nichts mitgenommen so wir sind beim container da müssen wir ein bisschen obacht nehmen wir nehmen uns die ak wir können keine ak nehmen okay dann nehmen wir uns mal die shotgun ja die war nicht schlecht ich habe es ausprobiert ähm es gibt sachen die sind die sind halt die müssen wir erst mal üben da müssen wir erst mal üben anscheinend ist es gut so das tauschen wir auch mal aus gleich nee das brauchen wir schnell erzielen brauchen wir definitiv nicht ab und zu schon wenn wir beschleunigen und wenn wir sehen dass da also man merkt am anfang des spiels sind sehr viele spiele irgendwo in der roten zone in der gelben zone oder hat sogar ein punkt wird punkt nicht wie sie oder wie auch immer da ist dürfte eigentlich gar nicht stehen ähm man sieht dass da wirklich gegner sind die wir wirklich mal ja die sind so brachial da sieht man oben wenn die kirs auftauchen äh da hat irgendjemand irgendjemanden mit einer mystik waffe zerlegt ja und das können dann nur sozusagen so richtige richtige spieler sein und jetzt sehe ich nichts aktuell werden normale waffen angezeigt 56 prozent aber ein hübscher hubschrauber das ruckelt das ist echt schade hubschrauber sieht echt gut aus oh wir werden geschossen blubb kiste jetzt können wir die ak holen ich muss sie mal nach oben ziehen also ich finde das richtig richtig gut wenn man die erweiterung hat 70 schuss total präzise ist da jemand habt ihr gesehen da war eine kugel beziehungsweise ein munitions munition eine kugel war das aber ich sehe niemanden ja genau Tür zu vorne ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher ob da jemand schießt nein ok irgendjemand hat geschrieben ich habe nicht auf sturm geschaltet schön das hört man dann wahrscheinlich im video ich hab da mal schon mal so ein fall gehabt komisches lila aber hat nichts drin auch lila hat auch nichts drin was wir nehmen können aber wir sind schon in der zone oh da oben markieren 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 geht nicht 125 meter da schießt jemand ok sah nur so aus war mx sah nur so aus ist komisch ich habe das gar nicht so mit der karte geblickt ich habe auf die karte geschaut wird nichts angezeigt habe gar nicht gecheckt so wir wir machen uns mal den weg frei dem man alles ein natürlich gibt es fertigkeiten dass man uns sehen kann durch den nebel aber wir gehen ja nicht den nebel sondern wir machen einfach mal eine nebelwand und schauen wir mal wer hier noch rumläuft und da ist einer oder ne ist ein ist ein auto wir schnappen uns ein anderes auto so hier habe ich den skin entwernt das war so ein blauer lila oder skin war nicht schön oh komm 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 boom boom oh gehen wir nochmal schaffen wir es aha unsichtbar gemacht hat sich unsichtbar gemacht 74% ähm schön 41% so nach unten zu fahren ah jetzt müssen wir raus boom schade nein 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 nikita 08 08 08 mit der ak ja die ak ist richtig super ok es wird rache geben ja jetzt muss noch der hase laufen ja die 還 ja ja eh ja eh Nee, du hast die Fertigkeit nicht. Da hat sich jemand verklickt, gell? Der NX hat sich verklickt. Komm schon. Retter, Unsinn, Popo. Lauf, Hase, lauf. Jetzt ist schon der alte Hase, ne? So viele Spiele. So viele Siege. Er weiß schon, was er tut. Okay, kletter nicht auf das Dach. Kletter nicht auf das... Okay. Typisch Sniper. Scharfschützen. Braucht man die Höhe. Sollen wir da landen, oder? Nee, landen wir mal auf der Baustelle. Vielleicht fehlt mir was Schönes. Unten ist schon zwei Airdrop offen. Das seht ihr an der Karte. Das heißt, irgendjemand war schon hier. Aber schau, es gibt sogar einen Hubschrauber. Oh. Wow. Jetzt nur noch die AK. An Bord brauche ich nichts. Rucksack. Ja. Rucksack brauche ich. Es ist schade, dass sie das so gemacht haben. Wäre schön, wenn man den Rucksack erst dann bekommt, wenn man wirklich einen Rucksack aufgesammelt hat und nicht gleich mit einem Rucksack landet. Das ergibt überhaupt irgendwie keinen Sinn. So, Maddox. Und man könnte auch andere Elemente einbauen. Ich habe da in so ein Spiel gesehen, man kann auch so eine kleine, kleine Granate, also einen Granatenwerfer aufstellen und sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall habe ich da mal angeschaut. Oh. Oh. Äh. Ja. Ein paar Etagen weiter. Da hat sich jemand verschanzt. Das kann ja nicht sein, dass sie einfach hier so rumgestanden sind oder er oder sie oder es oder wie auch immer. Einfach mal hier mittendrin. Aber jetzt habe ich aktuell nur einen gesehen. Machen wir einen Strike. Schauen wir mal. Der war doch oben. Oh. Ja. Der war oben. Oh. Ich mache mir selber starten. Ja. Ja. Nur 60 Schuss noch im Hinterhand. Irgendwie mit Munition schwer. Zweitwaffe ja. Aber die Sturmgewehre aktuell schlecht. Okay. MX rollt er auf. Mitten im Feld. Oh, da ist er. Links. Links. Jawohl. Nee, du kommst hier nicht weg. Oh. Komm schon, komm schon. Ja. Mit Maschinengewehr kann man da nichts machen. MX. Greif ihn an. Greif ihn an. Naja. Wir holen uns ein bisschen Munition. Mehr Docks. Nee, docks mehr nicht. Docks for life. Da oben. Cluster Strike incoming. Target locked. Hier kann ich aktuell nicht machen. Regendär. Ja. Waffenwechsel, glaube ich, war das. Ich bin mir ganz sicher. Schnellere Waffenwechsel. Oder das war die horizontale... Ah, genau. Das war die horizontale Stabilisierung, dass die Waffe nicht so rumeiert. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So. Irgendwie ist ganz wenig Munition. Shotgun. Shotgun ist immer schön. Dann auf geht's. So. Aha. War das der eine, der... vorbeigefahren ist? Er will noch eine Runde drehen. Aber du weißt, du stirbst früher. Du stirbst früher aus unerklärten Gründen. Oh, 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 oh. Bitte nicht. Okay. Hat Schaden genommen? Nee, halt nicht. So, oben ist Container und hier brauche ich Upgrade. Oh, und werde beschossen. Von da oben. So, Ablenkungsmanöver und Rennen, Springen, Sliden. Fahr hart. Also der kriegt jemand wirklich mal. Magazinerweiterung. Ah, habe ich schon. Habe ich schon. Ja. Und... Kann man auch nicht machen. Das ist schlecht. So. Das können wir nochmal so austauschen. Eigentlich haben wir es gar nicht nötig, ne? Die Zone... Es sind noch drei Spieler übrig. Machen wir gleich Sturm. Von Deckung zu Deckung. Abflug holen wir uns aber auch noch. Nein, holen wir uns nicht. Nee. Jetzt kommt schon. Jawohl. Also. Angriff. So, MX Bewegung, Bewegung, Bewegung. Da ist einer nach unten gefallen. Shotgun. Nee, brauchen wir nicht. Also. Lasst uns... Lasst uns auch mal mit rein. Komm schon. Oh. Man kann durch die Wand schießen. Wo ist der? Hier, hier, hier. Ja. Danke. Also man kann hier durch die Wand schießen. Wusste ich nicht. Wusste ich wirklich nicht. Oh. 22 Schuss. Ja. Wollen wir rein? Einfach mal. Hier. Ich habe noch Munition. Schaut. Boom. Das gab es auch mit Halloween Update. Aber das reicht auch. Jawohl. Wir haben noch Shotgun. Also dann. Vielen Dank. Und ad. Tschüss. Ich habe nocht. Ey. Vielen Dank.